Ich habe mich entschieden, weil dazu ziemlich viele Bekannte von mir beim Greiner angefangen haben. Das war 1999, wenn ich mich da ganz erinnern kann. Und da habe ich im Prinzip eine Lehre begonnen. Ein wichtiger Punkt war ganz klar, dass es eine sehr große Firma ist und damit auch die Möglichkeit bietet für interessantere Spezialjobs. Das Unternehmen Greiner für mich so attraktiv gemacht hat, das war einfach der Umstand, dass ich nach einer möglichst abwechslungsreichen Tätigkeit gesucht habe. Ich habe Biomedizinische Analytik studiert in Steyr. Das heißt, ich bin aus der Region. Ich kenne das Unternehmen, weil ein Teil meiner Familie da arbeitet. Für mich ist das im Prinzip eine große Firma, wo du nicht nur ein Name bist, sondern du bist eine Persönlichkeit. Es ist ja auch die Firmenphilosophie, dass auch jeder mit dir gesprochen wird. Es ist ein Ort, um zu entwickeln. Wo man eine große Verantwortung nimmt und wirklich an den Erfolg der Firma betrifft. Mir gefällt an Greiner, dass es ein österreichisches Unternehmen ist, ein oberösterreichisches Unternehmen, ein Familienunternehmen. Es ist eine sehr soziale Firma. Das fängt damit an, dass es eben im Unternehmen Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, was gerade für berufstätige Eltern das Arbeiten sehr einfach macht. Ich würde sagen, es ist ein kleiner Stil für Stabilität, für Erwachstum und sichere Arbeitsplätze. Vielen Dank.